Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldus Gate 3. Wir haben jetzt den Jurgi gefunden und er ist der mit dem Pack der Typ. Ich frage mich halt gerade was besser wäre. Ich meine er hat sehr viele Typis umgebracht. Ich überlege auch ob wir jetzt einfach mal ins Lager gehen und gucken was da passiert und außerdem wollte ich sowieso mal so eine Ratte hier angreifen. Ich habe da mal so ein zwielichtiges Problem. So, es will hier tatsächlich niemand mit mir reden. Gucken mal ob jemand nachts mit uns reden will. Hm, scheint nicht so. Okay, wir reden mal ganz kurz mit ihr. Ich weiß halt echt nicht ob wir das brechen sollten. Äh, ja schon. Hatten wir das nicht schon? Cathericks Kraft stammt von einem Relikt in einem Charitentempel. Sein Haus-Nekroman versucht es zu finden. Was ist denn so schwutzig? Oh, ich habe mir gerade was überlegt. Vielleicht kann ich ja mit einer Astarion im Schatten wandeln. Und die Kuller klauen. Hm, passiert auch nicht. Die haben alle nichts zu sagen. Wieso bin ich die Einzige die nicht leuchtet? Auch halt die Klappe, Mann. Ja, ich glaube das probieren wir mal. Nee, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand reden will. So, wir sind wieder da. Ihr komischen Ratten. Das soll man es doch nicht probieren. Ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich ja, nachdem ich den Pack mit dem Teufel nicht angenommen habe, wollte ich ihn ja annehmen unbedingt. Und jetzt bin ich gerade dabei, das Vieh hier, was eindeutig Justitiarum gebracht hat, zu verschonen. Stapelfleckige Handtücher. Das brauche ich aber nicht unbedingt. Ich finde eben halt... Das ist doch kein Bett. Wie schläft denn der da drauf? Hakt er sich denn hier ein oder was? Okay, ich darf nicht. Darf ich mir die Kuller nehmen? Ich will eigentlich... Mein Problem ist jetzt, ich habe keine Lust die ganzen Prüfungen da durchzusuchen. Hängende Leichnam. Ein feines Totem von Agony, mit einem sadistischen Relisch. Hm. Unglaubliches Ausweichen. In Schatten gehüllt. Ich war doch unsichtbar. Warum ist denn der Level 10? Oh nein, die Mitsukatze ist auch da. Vielleicht hätte man am Ende die Mitsukatze nehmen können. Wenn sie merkt, wie schwach er eigentlich ist und schon wieder ein Ding ist. Oh Mann. Und hier we go again. Und hier we go again. Und hier we go again. Ja. Das war immer kacke. Na super. Irgendwie habe ich gehofft, dass es geht. Aber es ist ja eigentlich klar, dass es nicht geht, gell? Na super. Oh. Hast du nicht gemacht jetzt? È so gut. Oh God. Dann sind wir wieder in den Garden. Oh Gott. Oder du musst deine Biomarkams nicht mehr. Oh Gott. Fehlschlag. Oh Mann, ey, ich hatte ein Herz. Oh Gott, dir geht es gar nicht mal so gut. Och Mann. Er ist doch hier bestimmt irgendwo. Komm schon, schlau dich. Oh Gott. Ich könnte was werfen, aber ich habe nichts zu werfen. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Es ist Zeit, um zu gehen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh. Es ist noch ein Nogget. Hey! Es ist noch ein Ruhiger. Es ist noch ein Ruhiger. Ich werde noch ein Ruhiger machen müssen. Oh. Habe ich irgendwann gespeichert? Oh, nee. Warum sind denn hier zwei von denen? Hey. I've missed this. I've missed this. Oh, I see right there. Uh-oh. Oh. 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 Oh Gott. Ich glaube, das sieht gar nicht mehr so gut aus hier. Oh Gott. Was ist das? Okay, zwei neue Tunnel-Einträge. Äh, äh. Was ist denn jetzt die Hauptbestie? Das sind doch hier, äh, tickende Mine. Äh, 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 äh. Ach, das sind die Minen, der da hingelegt hat, oder was? Äh, äh. Äh, äh. Äh. Äh, äh. 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 Äh? Äh. 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 los. Oh Gott, uns geht's auch gar nicht mehr so gut. Oh Gott, uns geht's. Oh Gott, uns geht's. Oh Gott, uns geht's. Oh Gott, uns geht's. Weg ist unterbrochen. Schade. Schade. Oh Gott. 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 Sie werden jetzt nicht verletzten. Bleibe aus der Sichtlinie von Feinden, wenn du schleich... okay Oh Gott, wir haben es geschafft! Hm, super. Oh! Oh Gott, hier war gar nichts drin, was ist das für ein Schnulli? Jaaa... Das Gute ist jetzt vermutlich, dass wir da hinten die Kiste aufmachen können. Aber das war's auch. Oh, uns geht's echt verdammt schlecht. Stiefel der Pracht? Okay. Hey, was ist mit der Astarion? Achso, der ist getrennt von uns. Ach, Mannu! Oh, wir haben jetzt die Kuller. Aber ich hab... Na gut, man ist ja unsichtbar und dann klaut man was, ist eigentlich klar, oder? Ottos Bett. Oh, Tons Bett. Oh, Tons Bett. A bed made of corpses. Disgusting and uncomfortable. Hm. Wir haben den Ortonen getötet, wie Raphael Valentin. Jetzt warten wir auf den Teufel und darauf, dass er das Versprechen hält, dass er Astarion gegeben hat. Hm. Okay, ihr Lieben, wir haben es irgendwie versemmelt. Äh... Sobald so was ist, sollte ich echt weggehen. Ich sollte gehen. Das endet irgendwie immer ganz bescheiden. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Gericht... UGHH... UGHH!! AHH!! Churchill electoral level結果 Auf dieresoge Ige. Er..... Untertitelung. BR 2018